Sie war kaum in den Schatten der Steil in die Höhe ragenden Felsen zu erkennen, und doch allgegenwärtig. Sie war, so wie es schien, von einem aus sich heraus leuchtenden Schein umgeben, der ihre zierliche Gestalt sanft nachzeichnete. Blond, das glaubte Hans auf jeden Fall, war sie, zierlich und klein, eine Person, die ihn faszinierte und die so sehr in seine Gedanken Einzug gehalten hatte, dass er sich des Nachts dabei erwischte, immerzu an sie zu denken. Tue etwas für die Menschen, und sie werden etwas für dich tun, sagte er immer, und entlockte seinem Sohn nicht mehr als ein müdes, trauriges Lächeln damit. Er hasste es, sich mit den unwichtigen Dingen der normalen Bürger herumschlagen zu müssen, und wenn er das einmal ansprach, reagierte sein Vater ruhig, ja beinahe verständnisvoll, als ob dieser selbst einmal so vor langer, langer Zeit gedacht hätte. Dann aber, wenn Eugen dachte, er würde endlich das hören, was er schon so lange von seinem Plateau endete. Dort musste sie erscheinen. Dort wurde sie immer wieder gesehen, wieder und wieder, traurig in ihrer Gestalt und faszinierend durch ihren Gesang. Hatte sie wirklich magische Kräfte? Eugen konnte und wollte es eigentlich nicht glauben. Aber genau das war es ja eigentlich, was ihn verunsicherte. Man hatte schon so viel gelesen und gehört. Es wurde immer wieder berichtet, dass Frauen sich dunklen, unkontrollierbaren Mächten verschrieben. Er blickte schwer, als er begriff, dass Eugen niemals wieder zu ihm zurückkehren würde. Er war nie der Vater gewesen, den sich ein Sohn vorstellte. Er war nie das gewesen, was Eugen sich möglicherweise gewünscht hatte. Und eben diese Tatsache war es, die Theodor so sehr zusetzte, die ihn langsam aber sicher in den Wahnsinn zu treiben begann. Hätte er, wenn er anders gewesen wäre, seinen Sohn von der törichten Idee, einen Geldgeber zu finden, der es ihm ermöglichte, ein neues Leben in Amerika zu beginnen, dorthin, wo sie stehen musste, wo sie auf ihn wartete. Hans schluckte, als er sich der Albernheit seiner eigenen Gedanken bewusst wurde. Und er schluckte noch einmal, als ihm klar wurde, dass es gar nicht so albern war, wie er erst angenommen hatte. Was, wenn sie ihn um Hilfe gerufen hatte? Was, wenn sie ihn brauchte? Hans, der wusste, wie verrückt diese Idee klang, hielt dennoch an ihr fest. An was soll ich denn sonst festhalten? Fragte er sich und weil bekannt war, was für eine Tragödie der Mann erlebt hatte, galt dieser enorme Fischfang als Wunder. Denn der, der am meisten gelitten hatte, war jetzt der, der am meisten Freude erlebte. Vom Grafensohn war bekannt gewesen, dass er stets mehr auf sich als auf andere hörte, dass er nicht gewillt war, die Ratschläge anderer anzunehmen und stattdessen Ideen nachjagte, die die Leute mit einem Kopfschütteln abtaten. Warum war er auch bei Wind und Wetter hinauf auf die Klippen geklettert? Was hatte er damit bezweckt machen sollte und die ihn doch mehr faszinierte als alles andere auf der Welt? Die Frau, die es geschafft hatte, mit seiner verstorbenen Tochter in Einklang zu kommen. Hör auf damit, rief er, als er die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte und sich die Knie blutig geschrammt hatte und seine Fingerkuppen schmerzten, als würden sie gleich abfallen. Sie haben dir doch nichts getan. Der Gesang ebbte kurz ab, als müsste die junge Frau sich vergewissern, dass sie wirklich etwas gehört hatte. Hör auf zu singen, verlangte er.